Hallo meine Lieben, heute habe ich ein paar Übungen für euch, für eine Gesichtspartie, die mit der Zeit etwas problematisch wird und zwar für die sogenannten Hängebäckchen, die sich hier unten bilden. Beim Gesichtsjoga geht es schließlich nicht nur darum, den Falten entgegenzuwirken, sondern auch darum, dem Gesicht als Gesamtem eine schöne Form zu geben und Konturen zu verleihen, so dass auch die Kieferlinie hier wieder schön definiert ist. Das ist nämlich das, an dem wir unbewusst das Alter eines Menschen einschätzen. Wir achten nicht unbedingt sofort auf die Falten des Gegenübers, sondern taxieren ihn unbewusst, schauen uns seine Haltung an und dann die Konturen seines Gesichts. Das ist das, an dem unser Unterbewusstsein das Alter abschätzt. Deswegen ist es wichtig, dass hier alles schön wieder Halt bekommt. Wenn man sich die Muskulatur ansieht, dann sieht man, dass hier mehrere Muskelstränge von der Asylabialfalte weggehen, die das Gesicht schön nach oben halten, solange wir jung sind. Wenn diese Muskeln nachgeben und die Haut an Volumen verliert, dann zieht die Schwerkraft die gesamten Wangen nach unten. Was dabei nebenbei passiert, nicht nur, dass unser Gesicht Konturen verliert, sondern nachdem die Haut ja hier weiterhin festgehalten wird und die Wangen absinken, bilden sich hier vorne so unschöne Asylabialfalten, die sich oft bis nach unten durchziehen können. Nicht selten gehen mit den Hängebäckchen dann auch Tränensäcke einher. Wenn man sich wiederum die Muskulatur anschaut, sieht man, dass der Augenringmuskel direkt an diesen Muskel hier anschließt, der, wenn er nach unten sinkt, zieht er einfach die Augen, den Augenbereich mit. Für diejenigen von euch, die Chi-Stat-Botox bereits praktizieren, weil sie entweder mein Buch zu Hause haben oder einen Kurs live oder online bei mir besucht haben, die können diese Übungen einfach ergänzend zu ihrem Grundprogramm verwenden, weil es natürlich Sinn macht, das ganze Gesicht zu trainieren und dann spezielle Gesichtspartien vielleicht noch ein bisschen intensiver, wenn man in diesem Bereich ein Problem hat. Für diejenigen, die das noch nicht haben, kein Problem. Man kann Muskeln auch isoliert trainieren, das machen wir am Körper schließlich auch. Nichtsdestotrotz wäre es eine Überlegung wert, sich eventuell ein gesamtes Gesichts-Yoga-Programm zu besorgen, weil ja alles miteinander verbunden ist. Also, nachdem ich diese Fragen immer wieder bei meinen Kursen gestellt bekomme, was kann ich noch tun gegen die Hängebäckchen, habe ich mich entschieden, eine dreiteilige Serie zusammenzustellen. Das hier ist der erste Teil. Heute bekommt ihr so richtig intensive Übungen, die wirklich was bewegen. Im zweiten Teil bekommt ihr dann Übungen, die unkomplizierter sind und die man auch zwischendurch mal machen kann, wenn man zum Beispiel am Schreibtisch sitzt, weil der Erfolg kommt nur, wenn man die Übungen regelmäßig macht. Und im dritten Teil werde ich euch die chinesische Massage Gesichtsschaben zeigen, Gua Sha, mit einfach speziellen Bewegungen für diesen Bereich, genauso wie spezielle Akupressurpunkte, die dafür sorgen, dass dieser Bereich wieder ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Also, lasst uns loslegen. Bei der ersten Übung achtest du bitte darauf, dass deine Haltung gerade ist, dass deine Wirbelsäule gerade ist und legst die Faust unter das Kinn. Mit der anderen Hand stützt du diese eine Hand, so wie du es hier siehst. Jetzt versuchst du gegen diesen Druck unter dem Kinn den Unterkiefer zu öffnen. Du lässt sozusagen diesen Bereich gegen die Faust arbeiten und die Faust gibt nicht nach. Du spürst die Übung im gesamten Kieferbereich, du spürst sie auch im Nacken, das gehört dazu. Der Kiefer und der Nacken sind miteinander verbunden. Mach diese Übung ungefähr 30 Sekunden, wobei für den Anfang genügen gerade bei den Übungen für diesen Bereich auch 20 Sekunden. Also, schön den Unterkiefer gegen die Faust arbeiten lassen. Was für diese Übungen wichtig ist, wie gesagt, der Kieferbereich ist mit dem Nackenbereich verbunden. Und genauso wie unser Nackenbereich speichert sich hier gerne Stress und Anspannung. Es ist uns nur nicht bewusst. Meistens entladen wir das erst in der Nacht durch das Zähneknirschen. Die Kiefermuskulatur ist Stressmuskulatur. Jedes Mal, wenn du Stress hast, reagiert dein Nacken, aber auch der Kiefer. Durch diese Übungen, durch dieses Anspannen, Entspannen, Anspannen, Entspannen, bringen wir hier wieder Leben hinein. Und dann fällt es der Muskulatur leichter, sich zu entspannen. Trotzdem möchte ich dich bitten, zwischen den Übungen den Kieferbereich ein bisschen auszumassieren, ein bisschen auszuklopfen. Oder Entspannungsübungen für den Kiefer zu machen, die du übrigens auch tagsüber jederzeit machen kannst. Die schauen ein bisschen lustig aus, aber sind sehr effektiv. Bei der einen lässt du den Unterkiefer einfach ganz frei und locker schwingen. Einfach komplett entspannen und locker schwingen lassen. Oder du kannst wie ein Pferd schnauben. Damit du diese Übung machen kannst, wirst du feststellen, musst du wirklich gründlich in diesem Bereich entspannen. Deswegen ist sie sehr wohltuend, auch zwischendurch einmal. Es ist uns nicht bewusst, wie viel Spannung wir im Allgemeinen im Gesichtsbereich speichern. Und es ist nicht immer Botox notwendig, um die Muskulatur wieder zu entspannen und wieder ein glatteres Gesicht zu bekommen. Gesichts-Yoga erreicht er vollkommen. Bei der nächsten Übung ziehst du die Lippen über die Zähne und formst ein Ohr. Mit so angespannten Lippen lächerst du jetzt und wechselst immer wieder zwischen dem Ohr und dem Lächeln. Diese Übung machst du 30 bis 40 Sekunden lang. Sie ist nicht ganz so intensiv wie die erste. Das geht schon ganz gut. Und vergiss nicht nachher dann wieder den Kieferbereich ein bisschen auszuklopfen. Die nächste Übung ist wieder etwas intensiver. Und zwar legst du deine Handballen auf den Bereich zwischen dem Unterkiefer und den Wangenknochen. In dieser Vertiefung hinein legst du deine Handballen hinein. Presst sie in diese Mulde und schiebst ganz leicht nach hinten. Und jetzt bewegst du den Unterkiefer gegen den Druck der Hände nach vorne. Der Unterkiefer macht dies, während die Hände nach hinten schieben. Ja, so dass das eine gegen das andere arbeiten muss. Nach hinten schieben. Diese Übung ist sehr intensiv, aber auch entsprechend effektiv. Diejenigen von euch, die geübter sind, weil ich habe ja Schülerinnen, die ja schon Expertinnen sind im Gesichts-Yoga. Diejenigen können gerne diesen Bereich mit hineinnehmen in die Übung. Indem sie auch hier oben ein bisschen festhalten. Den ganzen Bereich nach hinten schieben. Und auch den ganzen Bereich samt der Oberlippe bei der Bewegung nach vorne. Die Profis unter euch können währenddessen versuchen, den Hinterhauptmuskel nach hinten zusammenzuziehen. Also, die Handballen. Hier hinein, den kleinen Finger, den Bereich von der Handfläche auf diesen Bereich legen. Alles nach hinten schieben und mit dem Unterkiefer und der Oberlippe versuchen nach vorne zu kommen. Währenddessen kann der Hinterhauptmuskel, du siehst die Bewegung an meinen Ohren, sich nach hinten bewegen. Das ist jetzt für die Profis. Diejenigen von euch, die wirklich jetzt einmal anfangen, ein bisschen gegen Hängebäckchen zu arbeiten, legen einfach nur die Handballen zwischen den Unterkiefer und den Wangenknochen hinein. Schieben ein bisschen nach hinten und lassen den Unterkiefer nach vorne fahren, während sie mit den Handballen den Muskel nach hinten bewegen. So, bei der letzten Übung legst du deine mittleren drei Finger auf das Kinn und ziehst wieder die Lippen über die Zähne. Jetzt versuchst du mit diesen angespannten Lippen den Mund zu schließen, indem du sozusagen mit dem Unterkiefer gegen die Finger druckst. Deine Finger versuchen den Mund zu öffnen, dein Unterkiefer versucht den Mund zu schließen. Während dieser Bewegung, während du immer wieder aufmachst und zumachst, legst du jetzt den Kopf langsam in den Nacken und richtest ihn nachher wieder auf. Das sieht dann so aus. Auch während dieser Übung spürst du den ganzen Kieferarbeiten und auch den Nacken und das ist auch richtig so. Denn unsere Muskulatur ist miteinander verbunden. Deswegen hier noch ein wichtiger Hinweis, deine Körperhaltung wirkt sich auf dein Gesicht viel mehr aus, als dir vielleicht im Alltag bewusst ist. Wenn deine Schultern nach vorne hängen, bekommst du schnell ein Doppelkinn und die ganze Muskulatur sinkt in sich ein. Ist deine Haltung gerade, dann hat auch jegliche Muskulatur oberhalb dieses Bereichs einen besseren Halt. So, in Kürze folgt dann Teil 2 und Teil 3. Bis dahin möchte ich dir gerne ein bisschen Zeit geben, diese Übungen umzusetzen, weil wie gesagt, nur wer regelmäßig übt, bekommt auch schnell gute Ergebnisse. Also viel Spaß beim Üben und bis bald! Jetzt noch mal, das sage ich mal. So, danke. So, jetzt schauen wir bei uns bei uns bei uns bei uns. das ist hier und da wirklich ein bisschen, weil wirlücken, wenn wir das sind, wir lesen. So, dann schauen wir mal?